hallo und herzlich willkommen bei wo ist das mal um an ja ich bin hier im bazar und hier haben sich zufällig ein paar leute getroffen die mich kennen und jetzt fangen die an sich an zu machen wenn jetzt weiter questen hier will jemand gold karten tauschen davon ja aus natan was hast du anzubieten satyr was ist denn der natan überhaupt für einer was können wir dem denn mal geben hier kommen wir geben die matans und aufheben so ich bin bereit hey leute so kann man natürlich auch seine karten loswerden so kann man seine verdammten karten auch gottlos aber jetzt habe ich viel mehr karten zurück so heute nehme ich nicht ich nicht so lange auf habe noch ein paar andere sachen vor so schau zusammen wer will kann ja mitkommen wir gehen jetzt auf jeden fall nach hause nach hause erstmal ciao ciao bei bei viel glück noch danke jetzt muss es aber wirklich weitergehen denn ich hatte mir einiges vorgenommen außer dann bin ich kurz vor der kondervüste glaube ich so heißt es deswegen ein bisschen gas geben ab nach sardonyx oh mal das ist immer so eine latscherei da hinten hin ach ja ja freunde schön dass ihr wieder dabei seid hier bei unserem lustigen spielchen ups vor die wand gelaufen ja der kevin ist schon ein bisschen verwirrt der hat ja auch schon wirklich viel mitgemacht im laufe seines seines zaubererlebens man hat heute wieder jemand geschrieben wow das spiel habe ich immer meiner kindheit gespielt hallo als würde ich dieses spiel jetzt seit jahrzehnten spielen oder als würde es das schon seit jahrzehnten geben aber naja ich meine es ist jetzt schon eine ganze weile draußen und ich finde das ganz toll echt leute dass es immer wieder welche gibt die dann hierhin zurückfinden oder das spiel hier finden und denken ach das habe ich in meiner kindheit gespielt und so weiter oder ach ich habe den kaios in meiner kindheit oft gesehen in meiner kindheit ich meine es läuft ja jetzt schon vier jahre hier fünf sind es bald das ist so krass oder und deswegen habe ich auch richtig bock einfach das hier weiter zu machen ich habe schon so viele leute auch kennengelernt das ist einfach ist einfach toll warum soll ich den aus der liste löschen jetzt muss ich mich mal gerade hier konzentrieren mensch noah haupt kartenspiel haupt 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 so konzentration los geht's oh wir haben aber viele lebenspunkte irgendwann mache ich wieder den rundumschlag und lösche alle so jetzt noch wahrscheinlich anfang 2018 genau wir treffen uns noch einmal dieses jahr also das habe ich auf jeden fall vor und ich werde da diesen termin auch bald bekannt geben ich muss ein bisschen gucken auf die termine und dann werden wir uns auf jeden fall noch mal treffen und dann wird es aber auch noch mal so sein dass ich nach dem nächsten treffen dann lasse ich meine freundesliste noch eine weite so und dann werde ich aber vor dem treffen was dann kommen wird vielleicht noch mal löschen falls kein platz mehr ist wenn noch platz ist dann lassen wir es so und das ist einfach nur damit jeder mal die chance hat in der freundesliste zu sein und zufällig auch mit mir zu spielen also mit mir zu spielen wenn ich zufällig mal on bin deswegen mache ich das jetzt nicht mehr unbedingt aus hier oben weil ich möchte auch den leuten mal geben mit mir zu spielen und dann ist das okay gerade jetzt in den höheren welten hier ziehen sich manche kämpfe ja schon echt wie kaugummi ach der ist ja lustig hier auch so manche straßen kämpfe das ist manchmal so langwierig das ist gar nicht so schlecht wenn man noch jemanden dabei hat finde ich oder so ich habe da gut weg damit weg damit passen klar ja 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 So, jetzt nehme ich gerade mal etwas mehr als eine halbe Stunde auf Ich habe schon so einen trockenen Mund vom Quatschen Ich habe aber die letzten zwei Folgen auch viel gequatscht Leute, guckt euch das mal an Wenn ihr ein Referat halten würdet oder eine Rede halten würdet oder so Oder ihr würdet euch mit irgendwem unterhalten und würdet eine halbe Stunde am Stück nonstop quatschen Dann würde euch der Mund schon ganz schön in Fetzen hängen Das ist einfach mal krass Und hier bei so einer Aufnahmesession macht man das schon mal zwei Stunden Wie süß Teilen sich hier irgendwie ein Account oder sowas Ach ja Bendix hat übrigens Inzwischen müssen auch schon Folgen draußen sein Ja Inzwischen müssen die draußen sein Habt ihr wahrscheinlich gesehen Der Bendix hat ein neues Let's Play von Minecraft gestartet Ich weiß nicht wie lange er das durchziehen wird Mal gucken Ähm Und jetzt werde ich glaube Ich Ich glaube es wird auch nicht mehr so lange dauern Bis Bendix seinen eigenen YouTube Kanal Von mir erlaubt bekommt Denn Er ist jetzt langsam noch älter Er wird jetzt bald zwölf Und Ich denke es ist okay langsam Dass er seinen eigenen YouTube Kanal machen kann Weil das vermengt sich jetzt so Mit meinen Spielen Ähm Mit meinen Videos Und Es war ja mal ganz süß am Anfang Aber inzwischen ist er so ein großer Kerl auch Und wir möchten das wirklich richtig ernsthaft machen Und Auch da hinterher sein Da möchte ich ihm dann natürlich dann auch die Chance geben Einen eigenen Kanal Zu Betreiben Ich glaube ich habe eine Idee Was ich mache Ja Aber das verrate ich jetzt nicht Weil das könntet ihr eben verraten In einem Kommentar oder so Und das möchte ich nicht Deswegen behalte ich das jetzt für mich So Ziel erreicht Besiege Raubklauenwache Gracias Auf geht's Stell wieder her Brunnen des verkruten Blattes Meins Aber an Geld mangelt es mir im Moment nicht Ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt in der letzten Folge Ich habe im Moment 410.000 Goldstücke Ich weiß gar nicht was ich damit machen soll Leute Ernsthaft Was soll ich mit dem ganzen Geld machen Ich könnte mir noch ein Haus kaufen Aber Warum? Ein Haus nur für Haustiere? Auch albern oder? Brunnen des verkruten Blattes Wieder hergestellt Wunderschön Und wir sprechen wieder mit Zelda Da habe ich mal vorbei Danach könnt ihr weiter kämpfen Übrigens sind die Kämpfe die die hier bestreiten Ganz schön Sanft Zack Gut das sieht natürlich super gefährlich aus Aber dann jetzt erstmal ausruhen So Puh Was mache ich als nächstes Am besten mache ich nochmal die gleichen Angriffe Ja Hat wieder nicht funktioniert Wie greife ich am besten jetzt an? Ah ich habe es Ich greife genauso an wie gerade eben Mensch Es will einfach nicht funktionieren Hat es funktioniert? Oh ja Ich rieche den Rauch an dir Nein das war ein Pups Der dritte der heiligen Brunnen Ist der Brunnen des dunklen Wirbels Leider habe ich keine Ahnung Wie wir ihn wieder flott bekommen Glücklicherweise hat eine unserer Verbündeten Im Turm der blassen Schönheit Quartier bezogen Kurz nachdem du Drehper Hakenspitze daraus vertrieben hattest Besuche Simone Flügelschlag im Turm Und frage sie nach dem Brunnen des dunklen Wirbels Oh Simone Flügelschlag Das ist aber ein netter Name Oder? Das ist nicht so etwas seltsames Sondern Simone Flügelschlag So könnte man ja wirklich in echt schon heißen Hi Simone Oh mein Gott Du bist aber eine Hübsche Dann machen wir doch Heckmann Selfie Selfie Time mit Simone Flügelschlag Ich habe Simone Flügelschlag getroffen Hi Simone This is the last card of the week Okay Yeah Okay Simone Ja das hatte ich auch Ich habe viel von dir gehört Ich habe viel von dir gehört All die wundersamen Dinge Die du auf deinen Reisen erlebt haben musst Faszinierend Aber ich nehme an Du hast nicht viel Zeit zum erzählen, richtig? Du möchtest den Brunnen des dunklen Wirbels reaktivieren? Kein Problem Nimm diesen Mini-Sandteufel und lasse ihn am Brunnen frei Er erledigt den Rest Wenn der Brunnen wieder läuft Berichte Ezekiel davon Du wirst bald zur Konderwüste aufbrechen, nicht wahr? Ah ja, genau Sobald du dieses garstige Ödland erreicht hast Halte Ausschau nach meiner Schwester Lagona Spiralgleiter Sie wird dir helfen Was ist denn das hier für eine vertrocknete Pflanze? Oder was soll das sein? Einfach nur eine Vase Na, cool Direkt mal was gestohlen Sehr gut, sehr gut Da fühle ich mich doch wie früher Als ich einst, vereinst, äh, einst Äh, als ich einst Vor so langer Zeit so viele Sachen klaute Oh nein, eine weitere Quest Zauberwerker Eine der Kriegerschwestern der fünften Kolonne Zudika Grünklaue Ist ein wenig übereifrig geworden Und will ihre eigene Revolution starten Sie will nicht nur die Schattenkönigin vom Thron stoßen Sondern ihn gleich selbst besteigen Und über Chrysalis herrschen Doch um überhaupt eine Chance gegen den Schatten zu haben Müssen wir mit vereinten Kräften gegen ihn kämpfen Wir brauchen Zudika und ihre Leute Leider missversteht sie unser Streben nach Einigkeit Als Versuch, ihr ihren Thron streitig zu machen Du allerdings bist für sie keine Bedrohung Würdest du Zudika in ihrem Haus aufsuchen Und sie und ihre Anhänger davon überzeugen Sich wieder der fünften Kolonne anzuschließen Klar Ich soll die mit Gewalt überzeugen So wie immer Erstmal eins auf die Fresse hauen Und dann Ja, okay Natürlich Du hast mich total überzeugt Hm, so funktioniert Diplomatie nicht Aber in Wizard 1-1 funktioniert die so Ich find das ja so interessant, oder? Wir warten das nochmal Das ist auf jeden Fall eigentlich eine ganz interessante Szenerie Die die da gemacht haben Jetzt müssen wir erstmal den Brunnen wieder herstellen Denn das gehört zur Hauptfest Sofort beginnt er sich schneller und schneller zu drehen Bis aus ihm ein kleiner Tornado entstanden ist Du konzentrierst dich auf diese brausende, ungestüme Energie Und die Kräfte, die sie entfaltet Dir wird bewusst Welche wichtige Rolle das Chaos bei allen Veränderungen spielt Und jetzt sprechen wir noch mit Ezekiel Wann kommen wir denn in die Condor-Wüste? Eigentlich sind wir ja kurz davor, oder nicht? Halt Nebelholz Gott sei Dank Gott sei Dank Ich find das auch gut, dass man von diesen Zutaten Die man so findet hier Wirklich unendlich viel mitnehmen kann Wie ich höre, hast du alle Brunnen des Landes wieder hergestellt Na klaro Während du dich um die Brunnen gekümmert hast, habe ich noch einmal genauestens die alten Aufzeichnungen studiert Erst wenn die Lande von Mantis und Höhlenbauer erneuert sind und das Licht der Sonne Gestalt angenommen hat Erst dann wird sich der Weg durch die Schatten offenbaren Erneuert könnte man aber auch als verbunden übersetzen Um auf der sicheren Seite zu sein, schicken Nadesa, Zelda und ich dich zurück nach Bastai Sprich dort mit Saltana und richte ihr aus, dass wir sie gerne zur offiziellen Botschafterin Sateke Sangseyuns in Bastai ernennen möchten Wir haben auch schon ein Abzeichen für sie Hier Ich markiere das mal hier Zauberwirker So früh habe ich dich nicht zurück erwartet Wie stehen die Dinge in meiner Heimat? Das sind bittersüße Nachrichten, doch auch volle Hoffnung Es freut mich, dass dir Zarosinia dabei helfen konnte, den Kriegsherrn der Schattenkönigin zu vertreiben Zarosinia wird dem Troikarat eine treue Verbündete sein und mit ein wenig Glück werden sie schon bald die Kontrolle über die Stadt zurückerlangen Nun, warum bist du so früh wieder hier? Um mich zur Botschafterin zu ernennen? Es ist mir eine Ehre, denke ich König Pyat sollte von deinen Fortschritten erfahren Berichte ihm, bevor du zu Ezekiel, dem Sehenden, nach Sardonyx zurückkehrst Jetzt viel Quatschi-Quatschi Und ich habe jetzt einfach mal das Gefühl, dass wir in der nächsten Folge in die Condor-Wüste können Und da freue ich mich schon drauf Und darum sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao